Hi, willkommen zu einer neuen Folge Schlacht um Mittelerde 2, The Age of the Ring Mod. Ich habe mir jetzt einen Kaffee gegönnt, es ist nur relativ früh, 11.15 Uhr und ich bin schon ein bisschen in der Zeit vorgegangen, es ist schon bei mir Winter. Ich habe mir gedacht, perfekter Zeitpunkt, um ein Schlacht um Mittelerde Video wieder aufzunehmen. Und ja, dann schauen wir doch mal, was wir heute für eine Herausforderung uns entnehmen. Barrow Deans. Ich will eine große Karte, ich will heute was ein bisschen her, Tournament, Turnierkarten. Das schaut auch sehr interessant aus, theoretisch könnte man sich da abpunkern. Dann machen wir, das wird heute so ein Horror. Ich weiß nicht, wie schnell ich sterbe, ich werde sterben. Aber ich muss trainieren, ich will trainieren, ich will besser werden. Gegen vorne bin ich eh schon relativ gut. Aber die KI, die schafft es ja doch noch, mich irgendwie zu besiegen. So, Team, scheißegal. Farben. Solange ich weiß, was ich bin, ist es wurscht. Ich bin rot. Die Regeln. Man kann mal 10 Ami erstellen. Allow Custom Heroes. Nope. Und voll viel Money, damit man direkt am Anfang richtig ballern kann. Und. Ich sag euch jetzt schon eins, das wird. Es gibt keinen Fistenstartpunkt. Das ist wirklich random, random, random. Ähm. Das kann da Horror werden, könnte aber auch sehr funny werden. Let's go. Okay. Wir sind Rivendale. Oh Gott. Gibt es Misty? Gibt es? Nein. Es gibt auf jeden Fall nicht die Geister. Das ist schon mal vorteilhaft, weil die Geister sind ja echt grausam und bei mir ist das Kabel zu kurz. Ich muss jetzt hier wieder mit Pfeiltasten spielen. Noch mal einen schnellen Zip, bevor es losgeht. So. Ich bin ready. Ich höre keinen Spielsound. Wo ist der Spielsound? Hä? Okay, Leute. Wir sind wieder zurück. Ich habe den Sound wiedergefunden und jetzt muss man relativ schnell gleich agieren. Ich habe eventuell irgendwie mich stumm geschaltet irgendwann mal. Ich weiß nicht wann und ich weiß nicht wie. Ja. Hups. Aber jetzt muss man schnell handeln. Komm schon. Lass mich drücken. Alter, ich habe keine Zeit für Ladescreen. Baumaterial. Baumaterial ist unterwegs. Okay. Ähm. Einmal gucken, wo bin ich? Ich bin hier. Bedeutet, ich habe hier unten. Ah. Ich muss hier unten verteidigen. Hier oben verteidigen. Und. Oh Gott. Das will. Äh. Also am besten wäre hier abblocken. Hier runter blocken. Dann habe ich richtig viel Platz, um das hier abblocken. Perfekt. Dann machst du mir direkt mal. Oh Gott. Oh Gott. Oh ja. Die dreckigen. Das kann jetzt interessant hart werden. Ein vortrefflicher Bauplatz. Mit dem bin ich bis heute noch nicht zufrieden, weil wir tun nur einen weg. Das reicht. Ähm. Das Baumaterial ist hier. Hero. 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 Ah. Ich würde Aragon gerne nehmen, aber der ist zu teuer. Ich brauche eine Schmiede, die im Grünen ist. So. Da muss ich dann auch ab... Oh. Ekelig. Okay. Was kann ich machen? Was kann ich machen? Äh. Reveals Target Area. Total done. Petition Healed Unit. Ähm. Modifier Buffs Targeted Allies. Ne. Wir machen hier Heilung. Dann kommen wir nicht hier zu Many Meetings. Randomly Summons Free Battles. Äh. Battalions. Bataillone auf Deutsch. Und das ist für uns vorteilhaft. Okay. Komm schon. Komm schon. Macht's hin. Alter. Du hast hier nicht mal wirklich Platz, um was zu machen. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Wir haben noch viel zu tun. Geld bereitstellen, damit wir hier Dinge machen können. So. Warte mal. Ich habe irgendwo noch einen Fall. Und dann... Ah, okay. Das ist ein Höhlen-Troll. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Die Outschid hat been planted. Ein Outschid hat been planted. Lass mich schalten. Wackzeuge bereit. Ich muss so schnell wie möglich expanden, damit wir ein bisschen Platz kriegen. Genau das habe ich vermutet. Nein. Böse. Böse. Nein. Der kostet Geld. Bringt alles hierher. Wir haben noch viel zu tun. Bringt alles hierher. Wir haben eine neue Outschid. Ja. Verteidiger des Auenlandes. Bringt alles hierher. Hier entlang. Der Baumeister ist gefeiert. Wack, jetzt haben sie ihr Ziel geschafft. Scheiße. Ähm, dann machen wir es. Baumaterial ist unterwegs. Werkzeuge bereit. Bin schon unterwegs. Beschützt den Baumeister. Das Böse kommt über uns. Okay, abdrehen, abdrehen. Bleibt zusammen. Der Höhltreuer ist eh schon sauer. Die Hobbits verlinken nicht voll schnell Leben. Das ist das einzige riesige Nachteil an den Typen. Sie sind zwar... Das ist... Ja. Das macht es relativ easy. Sie... Äh, jetzt machen wir das Baumeister wieder. Ich muss nicht schauen, dass ich irgendwie an allen Ecken jetzt schnell was mache. Und der Troll wird mir jetzt als erstes zum Verhängnis wahrscheinlich. Also wir wissen auf jeden Fall, dass oben Menschen sind, wenn ich mich jetzt nicht total ire. Warum leckst du noch das Spiel? Wir können jetzt als Vorteil oder Nachteil sehen. Ich sehe es mal als Nachteil. Weil die haben... Also alles... Hat schneller und billigere, bessere Einheiten wie ich. Man... Also der Unterschied ist ja der größte... Eigentlich... Was sollen wir... Ah, nee, das sind auch Elfen. Das sind die Elfen... Oh, oh, shitos! Leute, wir haben unten Zwerge! Wir haben unten Zwerge! Magst du mal dein Arsch bewegen? Baumaterial! Unsere Feinde kommen über uns! An uns kommen sie nicht vorbei! Werkzeuge bereit! Es gibt viel zu tun! Vorteilhaft, wir können die schon ein bisschen... Hat jeder einen Stein zur Hand? Oder die bauen relativ nah an mir. Das könnte für uns schon ein Vorteil sein, dass wir noch unten ein bisschen rücken können währenddessen. Ich bin bereit! Wo sollen wir bauen? Du kriegst den Auftrag, hier noch einen Tum zu bauen. Weil das sind die Aggressiven. Und die Aggressiven mag ich nicht. Ähm... Ein Dringlinge! Bin schon unterwegs! Und da tut der Troll uns... Grieve your last! Okay, wir ziehen uns mal ein bisschen zurück. Ja, das man nicht auch. Und wenn wir zwischen unsere Türme kommen, haben sie ein bisschen... Weil sie haben jetzt so das Problem, dass wir mit den Türmen schon relativ nah bei ihnen sind und sie jetzt ein bisschen ärgern können. Wir haben noch viel zu tun! Eventuell Tower kostet wieder. Und jetzt pushe ich mit den Türmen schon ein bisschen vor. Unsere Stadt wird größer. Bis ich sozusagen mit dem Turm allein schon die Baracke erreicht. Wo sollen wir bauen? Wo sollen wir bauen? Der Teidiger des Auerndes! Naja, das war mir eh schon klar. Ciao, mein Mother! Ja, das war doch gar keiner von mir. Asche an. Mein Held ist so ein bisschen verbuggt, habe ich das Gefühl. Verarchers noch ausbilden? Also die Front verteidigt sich jetzt schon ein bisschen von selber. Die Siedlungen an! Verteidiger des Auenlandes! Von der Türm... Wir haben das Gebäude fertiggestellt! So. Ich hätte hier oben gerne dann eine Absperrung. Das wäre für mich so noch so... Das wird sich haargenauern wahrscheinlich ausgehen. Scheiße. Aber können sie ihn schwerer machen. Zack, zack, zack. Mach die fertig! Kommt schon! Jetzt. Was? Ähm. Yo, das ging schnell. Dann aber... Wo sind die denn durchgebrochen? Wir greifen die nicht an. Wir greifen die nicht an. Fahrzeuge bereit. Und derzeit hätte ich gerne noch hier einen Healing in den Grund. Die Baracke verliert nicht so schnell Leben. My people are leaving the Shows. Cut them off! Sie greifen die Siedlungen an! Die Schlacht hat... Und Level 3. Come, my companions! Wir müssen Mittelerde beschützen! Perfekt! Alter! Da ist irgendjemand richtig heavy am Balken. Werkzeuge bereit! Wir haben das Gebäude verabschiedet. Aber so richtig heavy am Balken. Bau dieses Land auf! Lass mich doch machen. Lass mich doch einfach machen! Lass mich doch einfach machen! Dankeschön! Wir haben einen unserer Feinde zerschmettert! Die Baracke ist weg! Perfekt! Die kommen hier nicht wirklich ran und wir tun denen richtig Damage und machen. Jetzt hätte ich gerne einen Anting. Kann ich den hier bauen? Nee, kann ich nicht. Dann wollen wir hier noch sowas. Der Feind kommt über uns! Sie sind durchgebrochen! Kannst du den schon angreifen, bitte? Ich will helfen, in whatever way I can. Don't let them escape! Der Feind kommt näher! Wir haben ein neues Gebäude! Oh, scheiße! Du musst wirklich mal um den. Quick, fire! Die kommen hier nicht durch. Ich versuche jetzt nicht nach ihrer Brauchstruktur wieder zu arbeiten. Das funktioniert aber nicht. So, Alter, da irgendjemand... Irgendjemand... Da, defeated, defeated, defeated. What the fuck? Cut them off! Wir haben ein Gasthaus gefunden! Okay. Das ist auch bald kaputt wieder. Eindringlinge! Wart die anderen! Eindringlinge! Stay out of sight! Das ist alles leader! Ich habe keine Chance gegen meine... ...guten Türme mittlerweile. Okay, wenn es gut ist, kommen wir bald bis nach hier. Das wäre ein guter Verteidigungspunkt. Und vor allem hätten wir diesen hinteren Gang nicht. Wenn wir den ausgleichen können. Ich hätte gerne, dass die jetzt auch alle geupgradet werden. Jetzt können wir uns... Hier schon mal drei Reiter holen. Ja, ja, ist ja gut. Ähm... Da ist ein Katapult unterwegs irgendwo. Der Feind kommt näher! Ich habe ein Troll! Da müssen wir kurz den Zwergen helfen. Ich habe nichts aktuell gegen Trolle. Ich wollte nur kurz meine Augen entspannen. Ähm... Nein, ich brauche das hier jetzt. Baut dieses Land auf! Not all those who want them lost. Sie greifen die Siedlungen an! Die Schlacht hat begonnen! Auf sie! Alter, jetzt kämpft ihr schon wieder gut gegen Böse. Leck um ihr! Tell Kyriam, keep us safe! I know these halves. The shadow is out. We will protect the small folk of Erydor. I will meet you there. Stay off the road. We can not delay. Stop them here! Okay, jetzt wollen sie uns aber wirklich hassen. Sie sind durchgebrochen! We have completed the Dermatron. Das Däse kommt über uns! Wo ist denn der jetzt durchgeklatscht? Jetzt sehr schnell musst du dich aber bitte auf den konzentrieren hier. Hinten die Servanten des Enemies. Nein! Lass doch mal die Guten gewinnen hier! Ich habe eher das Problem, dass die jetzt hier hinten durchran wollen. Ich habe eher das Problem, dass die jetzt hier hinten durchran wollen. Ich habe eher das Problem, dass die jetzt hier hinten durchgebrochen ist. Komm! Ich habe eher das Problem, dass die jetzt hier hinten durchgebrochen ist. Komm! Wir stehen uns halt jetzt richtig im Nacken eigentlich. Das ist das andere Problem. Sie greifen an! Yo! There is yet time for joy and laughter. Remain vigilant. Ich hätte gern das. Wir sehen den Feind! Werkzeuge bereit! Perfekt! Ich kann mir endlich die leisten. Werkzeuge bereit! Das ist jetzt hier hinterher. Sie greifen unseren Baumeister an! Der ist hier im Moment weg! Alle wieder zurück hinter die Mauern. Wo sollen wir bauen? Der Feind kommt hier an uns! Sie greifen die Siedlungen an! Wo denn? Was wollen die denn hier angreifen? Oh, scheiße! Also, ich habe mich selber getroffen. Nein! Turm böse! Okay, wir haben uns zusammen mal drei... ...die Visionen. ...instand halten! You've been summoned here to answer the threat to Mord. Errobert es! Ich bringe das Baumaterial. Ich will hier meinen Turm wieder sehen. Baumaterial ist unterwegs. Ich versuche jetzt, die Zwerge zu umringen und währenddessen die Seite abzusichern. Wird ein schwieriges Unterfangen, aber wenn es funktioniert, ist es genial. Perfekt! Dann bleibt er hier drüben vernichtet. Dann bleibt er hier drüben vernichtet. Jawohl, wir sind da. Macht ihm so viel Schaden, wie ihr könnt. Kommt über uns! So viel Schaden wie möglich verantworten. Das ist jetzt gerade das Hauptziel. Sie greifen die Siedlungen an! Wir haben ein neues Gebäude! Sie greifen wieder an! Wo sollen wir bauen? Sie greifen unseren Baumeister an! Weil normalerweise tut sich die AI auf sowas hier konzentrieren. Wenn ich das verteidigen kann, tue ich denen natürlich nochmal einen Riesenunterschied. Sind da wieder Orks angekommen? Unsere Heimat ist in Gefahr! Unsere Feinde kommen über uns! Ähm... Wollte ich hier mal upgraden. Hier hinstellen. Hier hinstellen. Aber Leute, das war's für die erste Folge von dem Let's Play. Ähm... Oder von dem Gameplay. Ich hoffe, ihr habt es gefallen. Wenn ihr ja, lasst unbedingt diesen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao! Wuh! Everything changes. Wuh! 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.